... ... Checkt eure Gear, checkt eure Skills ... Marco geht mal unten interrumpten, ja? Nur diese eine Situation. Wir gehen nach oben, ziehen uns dann aber auch direkt gleich wieder zurück, ja? Wenn es nichts wird. Unten ist Kahl noch. Die oben? Die machen irgendwie riesen Umwege. Von oben. Von oben. Wir nehmen das jetzt noch. Geh nach hinten, geh. Haut ab, haut ab. Okay, haben wir oben gespottet. Hast du dich nicht stunnen, Carsten? Kann jemand oben interrumpten, kann jemand oben interrumpten? Nee, wir sind unten noch. Nee, oben in der Mitte, oben in der Mitte, oben in der Mitte, interrumpten bitte. Da komm ich nicht dran. Wie weit bist du? 2000, Ostenausgang. Kahl, lass dich mal vollheim zum Zelt, Kahl. Find eh nix, was würdest du da jetzt rausfangen? Wenn wir glauben mussten, sind das noch drei Zonen. Wo bist du? Rack, Tars und hat er gerade gespottet. Ich bin drüber, wo das Warcamp ist. Bei mir. Ja, jetzt campen die hier schon den Ausgang. Die werden wahrscheinlich den Unternehmersgang auch campen. Kommst du da nicht durch, oder was? Umlaufen, Bogenlaufen, lieber eine Minute, noch mehr Scheißfrau. Ja, ich muss jetzt Südosten raus, rumlaufen. Scheiß, ist ja auch richtig geil, dass es von der Gilde so eine geile Protection gibt, da, dass nachdem sie wissen, dass da einer von uns abgefahren wurde, nicht reagiert wird. Brauchen wir eigentlich auch die GVGs jetzt nicht spielen. Chill, 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 chill. Kann jemand oben versuchen zu tappen? Die sind immer noch in der Mitte. Die sehen das von der Mitte aus, wenn du da tappen gehst. Ja. Nicht killen lassen, nicht killen lassen, nicht killen lassen. Lächerlich. Was passiert? Ich lebe noch, aber die campen alle Ausgänge. Die lassen mich komplett nicht durch. Kommst du gar nicht durch? Warum schon irgendwie komme ich durch? Ich versuch's einfach weiter, bis ich sterbe. Log aus und reit mit Bubble durch. Log, such dir irgendeinen Safe-Spot und reit mit Bubble durch. In dieses Gebiet, in dieses Gebiet, klar? Was? Ich kann mich entspannt auch versuchen. Hast du gehört, Boots? Ja, jetzt 20 Sekunden oder so. Tappen. Du wirst hier, du wirst hier instant reingezoned. Okay, mach ein Schild, Schild. Dritt hier, was auch. Muss da hinten oben, wenn dann. Das ist so risky, was wir hier machen, Talbot. Ja. Das muss besser. Mal heal ein bisschen. Ja. Jetzt kommt ein Kleckteppich, wenn ich was auch kriege. Scheiß, da oben wurde getappt. Bo, wie sieht's aus? Wie lange noch? Wir haben Black, gleich das nächste Gebiet und dann bin ich drin im Zelt. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Oh ey, ich bin jetzt in Mahadid, muss jetzt da nur drauf. Dann bin ich drin. Ja, go, 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 go. Was machen wir zuerst? Die Nasslöchern den Arsch aufreißen. Ja. Wir gehen Norden tappen. Die haben zwei Pole Hammer, ne? Ja. Die sitzt dann. Wir gehen Norden tappen. Wir müssen Bow protecten, ja? Ja. Ja. Wie sieht's aus? Für euch. Schätzungsweise einen Minotab nicht drin. Wo bist du gerade, welches Gebiet? In Craig in Mahadid. Mahadid, wie auch immer. Das wird östlich von euch. Ich bin gleich beim Ausgang. Nur flitzpiepen, Alter. Nur flitzpiepen. Sind Pussys, Mann. Alles gut. Was nicht da kommen. Das ist ein Heavy Pole Hammer. Den nicht. Den Fire Mage, den können wir killen. Der hat 5 Zweier Skola Rope an. Ja. Nice, Bobo. So, Jade. Hier. Geht dein restliches Gebiet. So, wir müssen mal go machen. Go, go. Das muss jetzt losgehen. Muss mich hier nackig machen. Ja. Bufffood rein. Tränke rein. Jetzt geht's los. Ich hab cool noch einen Drang noch. Los geht's los geht's. Kommt durch, kommt durch, kommt durch, kommt durch. Wir müssen erstmal einen Punkt tappen unten. Kommt durch, kommt durch, kommt durch, kommt durch. Ich tappe. Ja, tappe oben. Ich muss dahinter gehen, sonst. Okay. Okay. Und los. Und Achtung, Achtung, Achtung. Und denkt an die Stoffis. Denkt an die Stoffis. Und denkt an die Stoffis. Und Targets, Targets, würde ich sagen. Hier auf dem Match. Match, 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 Match. Da, Lick. Wieder zurück. Match, Match, Match. Ich bin gesleebt. Match down. Match down. Sehr gut. Boogie, 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 boogie. Highlight, steckt down. Highlight down, highlight down. Highlight down, highlight down. Weiter, 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 weiter. Boogie. Boot drauf. Boogie, sehr gut, sehr gut. Tappen, 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 tappen. Tappen, tappen, tappen. Po-tapp, po-tapp, po-tapp. Ich bin aber tappen. Tappen unten. Dann machen wir noch mehr. Recken, regen, 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 regen. Oben bitte interrupten, oben interrupten. Oben ist keiner. Bitte, Tappos, oben interrupten oder sowas, ja. Regroup. Regroup, mana, rec. Möglichst hier mit dem W heilen. Oben. Top-com zwei, top-com zwei. Top-com drei. Beide Polehammer, drei. Feuermage auch dabei. Einfach nur interrupten. Einfach den Feiermage. Kill den Feiermage. Kill den Feiermage. Krupp ist drauf. Kriegt den Purge. Feuermage, Purge, Feuermage, Purge. Feuermage weg. Vorsichtig, ich hab den Scheiß drauf. Target, Target, Target. Paulhammer, Paulhammer. Hat den Purge. Das ist in Maui. Tank ist low. Yo, tank 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 tank. Sehr gut. Bogey, bogey, bogey. Wer ist Target, wer ist Target? Bogey, bogey, bogey. Kein Cleanse dabei. Ich hab geclenst. Feuermage kriegt Purge. Slow Mana, kein Mana. Oh ja, ich hab auch kein Mana mehr. Benutzt, botzt. Back, 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 back. Okay. Center, Center, Mana, rec. Center, Mana, rec. Sind alle noch drei da in der Linie, gehen jetzt zum Haus. Center, Mana, rec. Hochrecken. Kaskowire. All die Leute mit dem Heelstrahl hoch. Ach, scheiße. Bin noch in der Fight, kann ich. Alle fünf nach dem Zelt. Hol dir Tränke, hol dir Trank, hol dir Trank. Im Zelt. Beide kommen jetzt in die Mitte. Unten. Drei oben, drei oben, Mage oben. Wir gehen oben. Ich bin jetzt gerade Richtung Zelt. Ist nicht so schlimm. Wir halten nur ab erstmal. Achtung, nicht pulken. Bottom wird getappt. Kein Problem, Bottom wird getappt. Dann lass jetzt rein. Den Mage umhauen. Okay, Mage, 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 Mage. Ready? Go, go, go. Route ist raus. Blink, AOE läuft. Cleanse. Anuit ist Target. Ja, 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 ja. Ist im Fokus viel. Target, 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 Target. Mage, 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 Mage. Die haben Mitte auch noch getappt. Kein Problem, kein Problem. Zurück, zurück. Zurück. Center, komm, komm, zurück. Marco. Ganz zurück, ganz zurück. Geht Mitte tappen. Wir haben vier Leute hier oben. Geht Mitte tappen. Aber es tappt Mitte, Achtung. Da kommt der Mage. Da kommt der Mage. Der Bogey, meine ich. Ja, ja. Ja, das ist ja. Bo, kannst du da supporten in der Mitte? Gib mir ein Target, gib mir ein Target. Jungs, wir müssen mir ein Target geben. Match, 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 match. Er hat uns gestarnt. Stopp-Poll-Helmer ist ultra-low. Oh, Carsten. What the fuck? Ja, was denn? What the fuck? Back, back, back. Komm, wir müssen tappen. Wir müssen tappen, Jungs. Wir müssen hier Druck machen. Regroup, regroup mit Carsten. Regroup. Was haben wir? 36 Punkte. Oh, das geht so gar nicht. Komm zurück, Bo. Komm zurück. Oben interrupten. Jetzt muss einer nach unten im Punkt unten tappen. Oben interrupten. Komm, mach mal oben Damage. Mach mal oben Damage. Hier, mach mal irgendwo. Ist egal. Sag mir ein Target. Match, 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 match. Ich bin gesleept. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Komm, weiter, weiter. Druck, 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 Druck. Ich gehe unten tappen. Ja, komm, Druck, Druck, Druck. Kein Problem, kein Problem. Mach Druck unten. Die sind unten alle low. Tappen, Bow tappen, Bow tappen, Bow tappen. Ja, Bow tappen gegen Bogey, oder wie? Okay, okay, wir haben Bottom, wir konzentrieren Center, alle Center tappen. Drück den, drück den Bogey weg. Jetzt weg, jetzt weg. Oben kommt. Ich gehe oben mit der Rapton. Bo, hilf mir mal. Ja. Noch etwas, Carsten? Immer noch super low hier oben alle. Einfach nur Robton. Ja, 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 ja. Bogey geht jetzt wahrscheinlich unten tappen. Halt ihn ab, wenn du kannst. Wir haben das oben, die sind alle low, die können nichts machen. Sag rechtzeitig, wenn du Hilfe brauchst. Mach one on one gegen Bogey, wenn es geht. Kann ich nicht. Okay. Wollen wir wegbleiben? Sag mir Target, gib mir ein Target. Pole Hammer, Pole Hammer, Pole Hammer, den Light. Immer noch den Pole Hammer. Und wieder back, und wieder back, und wieder back, und wieder back. Ich brauche einen Heal. Regen, Regen, Marco muss Regen. Der Bogey ist auch super low. Ich brauche einen Heal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich bin bei dir. Die kommen runter. Die kommen alle runter, alle runter. Mana Regen, Marco hat low Mana. Okay, gleich wieder drauf. Gleich wieder drauf. Hier, der ist immer noch low, der Bogey. Bogey down. Ja, sehr gut, sehr gut. Mage, Mage, Mage. Mage unten, Mage unten. Völlig out. Purcht den Mage. Purcht den Mage. Ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Der Heißblock. Okay, kriegt einen. Hat einen Purge. Frost schnitt es runter. Mage kommt zu uns. Mage kommt zu uns. Sehr gut. Kommt zurück, kommt Back, Back. Center, Center, Center. Regroup. Looten. Top, Top Interrupten bitte. Top Interrupten. Top Interrupten. Okay. wer kann 101 gegen gegen bogey ich mach da weiter ok ok back back center 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 ist top was ne ok können druck machen unten alle fünf unten die haben schon verloren ok nice ne 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 eine minute brauchen wir noch eine minute brauchen wir noch alles gut in einer minute zwei punkte verlieren oder noch will ich nicht und alle unten achtung nicht pulken nicht zu sehr pulken zwei problemer okay sehr gut sehr gut achtung achtung unten hier oben unterraten ja er ist normal bleibt drauf bleibt auf bleibt auf dem mann mehr so supporten back 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 wir sind safe wir haben gewonnen doch nicht mehr sterben ok zelt 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 kommt scheiß drauf scheiß drauf scheiß drauf scheiß drauf hier ein sacken lappenkinder ja 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 Vielen Dank.